Schön, dass Sie dabei sind. Hallo, ich bin Julia Leischik. Jamila und Samira haben mir geschrieben, denn sie haben einen Herzenswunsch. Ihr Vater möchte sich bei seinem erstgeborenen Sohn entschuldigen, den er vor 33 Jahren als Baby zum letzten Mal gesehen hat. Seither leidet er unter großen Schuldgefühlen. Nach so langer Zeit, den ersten Schritt zu machen, dazu fehlt ihm immer der Mut. Wuppertal ist mit knapp 350.000 Einwohnern die größte Stadt im Bergischen Land. Im Ortsteil Barmen, in einem gepflegten Altbau, lebt die 30-Jährige Jamila. Ihre 25-jährige Schwester Samira wohnt nur ein paar Straßen weiter. Die beiden haben Julia um Hilfe gebeten. Ihr Vater, der 61-Jährige Hamuda, verlor den Kontakt zu seinem Sohn aus erster Ehe und gab ihn später zur Adoption frei. Dies bereut er bis heute zutiefst. Der größte Wunsch von meinem Papa ist, seinen erstgeborenen Sohn wiederzusehen und sich bei ihm zu entschuldigen. Er hat ihn jetzt das letzte Mal mit sieben Monaten gesehen. Er wird jetzt 34. Und es ist halt schon traurig, wenn man weiß, einer fehlt. Mein Vater hat sehr große Schuldgefühle, weil er denkt, er hat sich nicht wie ein verantwortungsvoller Vater um seinen Sohn gekümmert. 1977 lernt Hamuda, der aus Tunesien stammt, seine erste Frau Marianne kennen. Die beiden heiraten sehr schnell und 1979 wird Sohn Daniel geboren. Doch genauso schnell zerbricht die Ehe und Hamuda lässt seinen Sohn bei der Mutter zurück. Zwei Jahre später willigt er eine Adoption seines Kindes durch den neuen Mann der Mutter ein und verliert somit sämtliche Rechte eines Vaters. Das war sein größter Fehler, sagt er immer. Dass er seinen Sohn, er sagt, immer im Stich gelassen hat. Das ist für ihn ein sehr, sehr schlimmes Gefühl, dass er das so gemacht hat, so entschieden hat. Im Oktober 2012 wird Hamuda mittlerweile wieder Familienvater schwer krank und wird mehrmals am Herzen operiert. Jetzt wird ihm besonders schmerzhaft klar, dass die wichtigste Frage seines Lebens immer noch unbeantwortet ist. Da war er im Krankenhaus. Er hat sich schon angefangen, von uns zu verabschieden. Er hat doch Angst. Und das wäre dann halt auch so schlimm gewesen, wenn er nicht die Chance gekriegt hätte, meinen Bruder dann zu sehen. Schritt für Schritt erholt sich Hamuda wieder. Doch aus Angst vor Zurückweisung hat er sich bis heute nie getraut, seinen Sohn um Verzeihung zu bitten. Deshalb haben Jamila und Samira Julia um Hilfe gebeten. Und mit dieser Bitte um Vermittlung wollen die beiden ihren Vater überraschen. Mein Papa hat so viel Gute schon für uns Kinder getan und jetzt möchten wir ihm was zurückgeben und wollen ihn halt überraschen, dass er seinen erstgeborenen Sohn wieder sieht, unseren Bruder. Das ist halt die beste Überraschung, die wir für ihn machen können. Es gibt nichts, was ihm wichtiger ist. Das Stadtzentrum von Köln. Hamuda weiß noch nicht, dass seine Töchter Julia um Hilfe gebeten haben. Und er ahnt nicht, was ihn hier erwartet. Jamila und Samira haben heute ihren Vater unter einem Vorwand hier nach Köln gelockt. In wenigen Minuten müssten die drei hier am Hauptbahnhof ankommen. Ich werde jetzt gleich mal Jamila anrufen, um zu hören, wo sie gerade sind, denn ich möchte ja Hamuda überraschen. Pünktlich erreichen die drei das Ziel der Überraschungsreise. Die Schwestern, die angeblich auf ihren Anschlusszug warten, überbrücken die Zeit mit ihrem Papa im Bahnhof. Dann komme ich da jetzt hin, lass dir nichts anmerken. Tschüss. So, die sind da, die sitzen jetzt im Café da drin und ich werde es jetzt überraschen. Ich liebe Überraschungen. Sie wird irgendwo um die Ecke sein jetzt. Da am Eck, da ist das Café, ich seh's. Da ist er. Guten Morgen. Oh, Papa. Hallo. Julia. Hallo, Bruder. Hallo. Oh, wie ist das Böse? Das ist mein Böse, das ist mein Böse. Das ist mein Böse, das ist mein Böse, das ist mein Böse, das ist mein Böse. Ist das eine gute Überraschung? Ich freu mich. Ich freu mich. Oh, 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 oh. Hamuda, einmal kurz, muss ich dir was sagen. Es gibt etwas, was dich sehr bewegt, das haben mir deine Töchter erzählt. Kann ich dich mitnehmen und wir reden alle zusammen in Ruhe? Ja? Dann gehen wir an einen ruhigen Ort und dann reden wir. Komm, ich nehm dich mit. Entschuldigung. Entschuldigung. Alles gut. Kommt mit, wir gehen. Entschuldigung. Kein Problem. Ich glaube, die Überraschung ist gelungen. Wir gehen jetzt wohin, wo keine Leute sind, okay? Okay. Hamuda ist tief bewegt. Er schaut gerne, bitte melde dich und hätte nie damit gerechnet, dass er nun die Gelegenheit bekommt, mit Julia persönlich über seinen größten Wunsch zu reden. Hamuda, ich weiß, dass du einen ganz großen Herzenswunsch hast. Ja. Kannst du mir sagen, was das ist, dein Wunsch? Ich habe meinen Sohn in den Stich gelassen, wünsche ich ihm bei ihm Entschuldigung. Weil mein Sohn liegt mir viel am Herz. Hamuda, was würde dir das bedeuten, deine Kinder zusammenzusehen mit deinem Sohn? Das ist Gott's Wunsch. Ich wünsche mir das sehr. Samira, wie wäre das für dich, deinen Bruder kennenzulernen und mit deinem Papa zu sehen? Sehr schön. Das wäre sehr schön. Dann wären wir eigentlich immer alle zusammen. Wäre perfekt. Wäre euch das wichtig, Camila? Ja, ich möchte gerne wissen, wer aussieht und ob der auch schon Kinder hat, ob der viel vom Papa hat. Hamuda, deine beiden Töchter haben das ja so ein bisschen mit mir eingefädelt, um dich heute hier zu überraschen. Du wusstest ja über deinen Sohn, dass er damals in der Nähe von Bad Neuner gelebt haben soll. Ich weiß ja, dass es vielleicht gar nicht so sehr in deinem Fall um das Finden ging, sondern vielleicht noch mehr um eine Brücke, die es zwischen euch nicht mehr gibt. Ist das richtig? Ja, es ist. Und deswegen habe ich versucht, mit deinem Sohn zu sprechen und habe mich auf dem Weg zu der Adresse gemacht. Sollen wir es uns mal angucken? Dann gucken wir jetzt, ja? Entschuldigung, steigt. Sind sich in Rheinland-Pfalz, etwa 30 Kilometer südlich von Bonn. Julia hat recherchiert, dass Hamudas Sohn von Bad Neuenahr hierher gezogen ist. Und sie hat noch mehr herausfinden können, um ihn an diesem Donnerstagnachmittag zu überraschen. Ich weiß, dass Hamudas Sohn gleich von seiner Arbeit nach Hause fährt. Ich werde versuchen, ihn dort anzutreffen und hoffe sehr, dass er überhaupt bereit ist, mit mir über seinen Vater zu sprechen. In einem kleinen Vorort von Sintzig befindet sich Daniels Zuhause. In wenigen Minuten müsste er von der Arbeit kommen. Daniel weiß von nichts und Julia ist sehr gespannt. So, jetzt kommt es drauf an. Da ist das Haus, die 43. Weit und breit noch niemand zu sehen. Ich warte einfach. Da kommt ein Auto. Das ist er. Daniel? Hallo, ich bin die Julia. Hi. Hi. Kamera ist nicht mein Ding. Ich müsste dich mal kurz sprechen. Ja, aber dann ohne den. Jungs, lies gegen euch mal den Scheiß aus. Da stehe ich überhaupt nichts drauf. Ehrlich. Okay. Dann mach mal aus. Dein Sohn war erst mal sehr skeptisch wegen der Kamera. Und deswegen habe ich erst mal ohne Kamera mit ihm gesprochen. Und dann habe ich ihm alles erklärt. Und dann war er doch bereit, mit mir zu sprechen. Dann haben wir uns zusammengesetzt. Ja. Guck mal. Okay, ja, ich gucke. Ich gucke. Daniel, es gibt jemanden aus deiner Vergangenheit, der dich sehr vermisst und der gerne die Chance bekommen würde, sich für vieles, was in der Vergangenheit passiert ist, zu entschuldigen. Ja, da wüsste ich jetzt aber nicht wirklich, weil keiner hat mir jetzt irgendwie großartig was Böses zugefügt, wo ich jetzt sagen würde, ich will dich nie wiedersehen oder so. Und wenn du ganz weit zurück gehst? Ja, dann gibt es da für mich nur eine Person, definitiv. Das ist mein Vater. Es geht um deinen Vater. Ja. Ja. Ich liebe dich, Junge. Wie ist die Nachricht? Ich freue mich. Ganz ehrlich, ich freue mich doch schon. Dein Vater hat wirklich sehr große Schuldgefühle, weil er dich als Kind zurückgelassen hat. Hast du in deiner Kindheit deinen leiblichen Vater manchmal vermisst? Ganz ehrlich, nein. Weil ich war noch ein Baby, wo das wohl passiert ist. Also ich habe eigentlich auch gar keine Erinnerungen. Und ich muss dazu sagen, meine Mutter hat sich wirklich sehr viel Mühe gegeben, das zu ersetzen. Was hast du bisher gefühlt, wenn du an deinen Vater gedacht hast? Als Kind war ich dann vielleicht ein bisschen, manchmal angefressen, glaube ich schon. So, ja toll, haut ab. Aber das hat sich ganz schnell wieder gelegt. Also ich bin halt als Einzelkind aufgewachsen, habe das auch eine Zeit lang genossen. Aber da habe ich mich immer gefragt, wie wäre es, wenn du Geschwister gehabt hättest? Und man sieht das ja dann unter seinen Freunden, die dann Brüder und Schwestern haben, wie die groß geworden sind. Aber war okay. Also ich war jetzt nicht traurig. Würde es dich denn interessieren, ob du Geschwister hast? Schon ein bisschen, ja doch. Du hast zwei Schwestern. Ja, okay. Jamila und Samira. Und auch bei den beiden gibt es den ganz großen Wunsch, ihren großen Bruder kennenzulernen. Mhm. Okay. Ich finde es schön. Wirklich schön, davon zu hören. Würdest du deine Familie gerne mal auf dem Foto sehen wollen? Ja. Ja? Ja. Das sind deine Schwestern. Und das ist dein Vater. Krass. Sie sehen da aus wie ich? Das finde ich auch. Das ist echt. Also wir sehen alle aus wie er. Wie ist es gerade? Wie geht's? Ich finde es schön. Definitiv. Also schon eher ein warmes Gefühl. Ja, doch. Also es ist wirklich, ich freue mich. Daniel, wie sieht dein Leben denn jetzt aus? Eigentlich ganz vorsichtig. Also ich lebe sehr spartanisch für meine Verhältnisse. Ich brauche für mich selber nicht viel. Ich wohne momentan halt in einer Wohngemeinschaft und arbeite halt mit Menschen, die eine geistige oder körperliche Behinderung haben, was mich sehr erfüllt. Deswegen würde ich sagen, mein Leben ist so schön. Daniel, glaubst du, dass es wichtig ist, egal was vorher war, im Leben seine Wurzeln kennenzulernen? Man sollte schon wissen, wo man herkommt, doch ja. Von der einen Seite weiß ich. Von der anderen Seite werde ich vielleicht kennenlernen. Daniel, dein Vater möchte sich bei dir entschuldigen für das, was war. Kannst du ihm verzeihen? Ja, klar. Würdest du ihm denn die Möglichkeit geben, dass ihr euch kennenlernen könnt und dass du dir dein eigenes Bild machen kannst? Ja, klar. Logisch. Das steht außer Frage. Für mich nicht ganz logisch. Jürgen, ich muss es anfassen. Das ist völlig in Ordnung. Ich danke dir. Ich liebe dich, Jürgen. Ich danke dir. Freut ihr euch? Ja. Unglaublich. Hat er gesagt? Sieht aus wie Papa. Wunderlich. Sieht aus wie Jürgen. Wunderlich. Sie hat ein bisschen kleinen Bauch. Aber ich warte mal ein bisschen. Amuda, jeder kann sehen, was dir das bedeutet. Und deswegen fände ich es ganz wichtig, wenn du das deinem Sohn auch persönlich sagst. Was denkst du? Ich freue mich sehr. Dein Sohn ist da und wartet auf dich. Und ich würde euch jetzt gerne alle da hinbringen. Ja? Ich freue mich. Dann komm mit. Ich hab deine Geduld. Komm mit. Ich freue mich. Vor 33 Jahren hat Hamuda seinen Sohn allein bei seiner Mutter zurückgelassen, ohne den Kontakt aufrechtzuerhalten. Dies war, wie er heute empfindet, der größte Fehler seines Lebens. Hamuda, jetzt ist es soweit. Jetzt kannst du deinem Sohn persönlich sagen, was du ihm sagen möchtest. Ich freue mich, ich freue mich. Er steht da vorne. Geh zu ihm. Ich freue mich, ich freue mich. Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut. Alles ist gut. Ich liebe dich, du bist mein Sohn. Ich freue mich. Tut mir leid, ich habe viel leid gemacht. Alles ist gut. Ich freue mich, mein Sohn. Hier bringe ich deine Schwester. Ich sehe, meine Arbeit ist erledigt und ich freue mich von Herzen. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Alles gut. Danke schön. Drück deinen Sohn. Alles Gute. Alles Gute. Hamudas größter Wunsch ist in Erfüllung gegangen und auch seine Töchter Jamila und Samira sind überglücklich, einen so sanftmütigen und liebevollen großen Bruder zu bekommen. Nach über drei Jahrzehnten der Trennung kann die Familie nun endlich zueinander finden. M hoodan. Um. Dein aufschlar. autsch...